In diesem Video geht es um das Herausheben von gemeinsamen Faktoren bei Termen. Dies wird auch Faktorisieren genannt. Das Herausheben ist die Umkehrung des Distributivgesetzes. Darum möchte ich dir noch einmal kurz zeigen, wie das Distributivgesetz oder auch Verteilungsgesetz funktioniert. Wir haben hier das Distributivgesetz allgemein angeschrieben, a mal Klammer auf, b plus c Klammer zu. Wenn wir das nun ausmultiplizieren, multiplizieren wir a mit b und wir multiplizieren auch a mit c. Wir erhalten nun also a mal b ist ab, das Plus bleibt und dann erhalten wir a mal c ist ac. Nun möchte ich dir das Ganze auch zeigen anhand eines konkreten Beispieles. Wir haben hier 4a mal Klammer auf, 2b plus 3c. Wir multiplizieren also 4a mit 2b und wir multiplizieren 4a mit 3c. Das war kurz die Wiederholung zum Distributivgesetz und wie bereits gesagt, das Herausheben ist die Umkehrung des Distributivgesetzes. Wir haben hier eine Summe a mal b plus a mal c. Wir suchen nun also bei den beiden Summanden gemeinsame Faktoren. In diesem Fall ist in beiden Summanden das a enthalten. Wir können nun also das a herausheben. a mal Klammer auf, beim ersten Summand bleibt das b übrig, Plus und beim zweiten Summanden bleibt das c übrig, c, Klammer geschlossen. Hier möchte ich dir nun das Herausheben an vier konkreten Beispielen zeigen. Beim ersten Beispiel ist der Faktor 3 in beiden Summanden enthalten. Wir können nun also 3 herausheben, 3 mal a plus b. Beim zweiten Beispiel ist diesmal nicht die Zahl in beiden Elementen enthalten, sondern eine Variable, in diesem Fall das a. Wir können hier nun also a herausheben. a mal Klammer auf, 5 minus 7 Klammer zu. Im dritten Beispiel werden wir nun mehrnamig herausheben. Wir haben hier 3ab plus 6b. Auf den ersten Blick können wir hier nur das b herausheben. Wenn wir allerdings beim zweiten Summanden 6 in zwei Faktoren zerlegen, erhalten wir 3ab plus 2 mal 3b, weil 2 mal 3 ist 6. Und nun ist es offensichtlich, dass in beiden Summanden 3 vorkommt und in beiden Summanden kommt b vor. Wir können nun also 3b herausheben, 3b mal Klammer auf, a plus 2. Man kann auch bei Potenztermen herausheben. Dafür schauen wir uns das vierte Beispiel an. Wir zerlegen 10 wieder in zwei Faktoren, erhalten also 5a plus 2 mal 5b². Nun unterstreichen wir uns wieder die gemeinsamen Faktoren und können 5 herausheben. 5 mal Klammer auf, a plus 2b². Hier ist nun noch eine Aufgabe für richtige Könner. Wir zerlegen wieder in einzelne Faktoren. 7ab minus 2 mal 7 mal b mal b, weil b² ist b mal b. Dann unterstreichen wir uns wieder die gemeinsamen Faktoren. 7, 7, b und b. Das zweite b vom b² dürfen wir nicht unterstreichen, da ja in unserem ersten Element in 7ab das b nur einmal vorkommt. Wenn wir nun herausheben, können wir also 7b herausheben mal a minus 2b. Klammer geschlossen. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder direkt auf meinem Blog Mathematik Rocks. Und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.